Was ist die Spezialisierung Visual Computing? Du interessierst dich für Spiele und die Technik, die dahinter steckt? Du möchtest deine eigenen Spiele programmieren und in die Welt von VR und AR eintauchen? All das sind Dinge, die wir uns schon beschäftigen. Hallo, ich bin Philipp, ich habe hier meinen Master in Blüte Computing & Gaming Technology gemacht und arbeite jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem neuen Forschungsprojekt. Du willst Forschung entwickeln? Wir haben Teams, die unter anderem VR-Angstpatienten helfen, sich an Ängste zu stellen. Wir entwickeln Serious Games für Sanitäter, um diese auf Gefahren und Risikosituationen vorzubereiten. Aber wir entwickeln auch neue Konzepte und Simulationen für die Industrie. In unseren modern ausgestatteten Laboren mit neuester Hardware, wie zum Beispiel im Showroom Visualisierung, arbeiten wir mit Firmen aus der Region zusammen und bieten Forschung zum Anfassen. Wir sind eine forschungsstarke Hochschule, gelegen im schönen Rheinland, dem Art of Gaming. Schluss! Willi! 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 Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020